Willkommen bei K-Mo und Flexi, Freunde, der McDonalds Dealer ruft an, Flexi, Flexi, Mann, Flexi, der McDonalds Dealer ruft an, um 3 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts sollen wir rangehen oder nicht, um 3 Uhr nachts sollen wir rangehen, komm, ja gehen wir an, gehen wir an, alles klar, hallo, 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 wisst ihr noch wer spielt, der McDonalds Dealer, hier steht's doch, ganz groß, äh, Jux, hört mir zu, ich habe neue Ware am Start, habt ihr Bock auf neue Happy News, geil, natürlich, natürlich, mal neue Happy Meals, Flexi, ich habe überrascht, wir können ein neues Video für euch machen, wie krass ist das, hör zu, hör zu, hör zu, ich hab gesehen, ihr macht krasse Happy Meal Videos, ja, stimmt, hast du recht, ja, ja, aktuell, hab ich ganz brandheiß, das neue, hör zu, Amanda Happy Meal, und das, Amanda Exe Happy Meal, Alter, warte mal kurz, das Amanda Adventure Happy Meal, Freunde, das ist doch gerade der heiße Scheiß, Rebecca macht's, alle machen's, Leute, ey, Flexi, das ist was ganz Neues, Was soll ich ihm sagen, wir holen uns das jetzt, er darf aber nicht merken, dass wir es wollen, unbedingt, ey, wenn wir es holen sollen, lass mal, lass mal einen Daumen an, schreib mir Kommentare, okay, McDonalds Dealer, bist du noch hier, ja, natürlich, wir würden gerne von jedem eins nehmen, äh, in Ordnung, ist es schwierig zu bekommen, aber mein Chef hat gesagt, ausverkauft, aber, wisst ihr, ich habe mit meinen langen Finger, ein paar Happy Meals in meine Tasche geschleucht, Und ich habe natürlich an meine Freunde, von was wir gedacht, vielen, vielen Dank, ich habe euch einen Freundschaftspreis, okay, oh, oh, was kostet denn der Spaß, beide, die kommt hier, für 1500 Euro, wie bitte, 1500 Euro, ja, für Freundschaftspreis, für meine Freunde, von was wir, alter, krank, warte, heftig, warte mal kurz, nochmal, Flexi, 1500 Euro, weißt du, wie krass viel Geld das ist, Freundschaftspreis, Sollen wir das kaufen, für euch, das ist ja teurer, als das Goldene, dann will ich aber jetzt mindestens 1500 Likes sehen, Daumen nach oben, ja, da müsst ihr jetzt wirklich einen Daumen nach oben geben, gibt ein Like, schreibt in die Kommentare, wie krass ist das bitte, ey, hol mir, einmal versuchen wir es, komm, wir hol uns, komm, ey, McDonalds Dealer, alles klar, 1500 Euro, erzähl uns, wie können wir es bekommen, hört mir jetzt gut zu, denn, das ist ein geheimer Plan jetzt, den ihr befolgen müsst, also, hört mir gut zu, ihr müsst jetzt sofort zu McDonalds fahren, sofort, dort müsst ihr zu Fuß am Bereich Inschalter, 18 Soße, bestellen, 6 mal Curry, 6 mal Süß-Sauer und 6 mal Barbecue, und wenn ihr die Soßen habt, dann packt das Geld in die süße, Süßentüte, Soßentüte, habt ihr nicht verstanden, und schmeißt die ganze Tüte mit dem Geld und den Soßen in den Müll einherz, ich glaube, warte mal kurz, willst du uns verarschen, McDonalds Dealer, man, wir sollen 18 Soßen holen, beim Drive-In zu Fuß, bist du zu Fuß, und dann das Geld da rein und wegschmeißen, oder wie? Das ist ganz, ganz, elementar wichtig, ganz wichtig, befolgt genau diesem Plan, okay, alles gleich, könnte was Schlimmes auf euch zukommen, deswegen haltet euch bitte, strengst dienst an diesem Plan, das gehört Flexi, dann gehen wir jetzt direkt los, Mann, ja? Eine Sache noch, sobald die Soße, die Geld mit der Soße in den Mülleimer getan hat, rennt dann sofort nach Hause. Okay, ich dachte, wir bekommen gleich was, sollen wir einfach auch, hä, das war's, McDonalds Dealer, oder was? Hä, der hat aufgelegt, ja, das war's, wirklich, der hat aufgelegt, man, achte mal, das ist viel zu viel auf einmal, der hat aufgelegt, das ist 1500 Euro, sehr, sehr viel Geld, dann, wir müssen zu Fuß in den Drive-In, das macht gar keinen Sinn, wer geht denn zu Fuß in den Drive-In, für Autos, Mann, dann dritten, 18 Soßen, was gehört, 6, 6, 6, von jedem Sex, jetzt ist es wieder so ein Code, ist die Teufel schon, 3 Uhr nachts, weiß ich, weiß ich, weiß ich, Mann, Und dann müssen wir das Geld in die süßen Tüte packen, in die süßen Soßentüte, genau, und jetzt kommt der schlimmste Part, die Soßen, kein Problem, aber das Geld alles zusammen in den Mülleimer, wegschmeißen, aber egal, Flexi, Mann, wir machen's ja für euch, es hat schon mal geklappt, ja, weil es war ein anderer, Mann, das hat's doch gehört, das war echt, also, das ist ganz komisch, ey, ganz komisch, und dann hat der das auch, was, ich hol kurz das Geld, ja, okay, Freunde, hier ist 1500 Euro in Bark, echtes Geld, Leute, Mann, das ist unser ganzes Erspartes, das weißt du, Flexi, Mann, wir machen das für euch, Mann, Leute, ihr müsst jetzt unbedingt noch mal einen fetten Like, da lassen, und diesen Kanal abonnieren, teilt das Video mit euren Freunden, und du weißt, Flexi, wir fahren jetzt hin, Drive-In, zu Fuß, tausend Euro, es funktioniert, ja, und dann funktioniert sich ganze Geld, weil es ist 3 Uhr nachts, das weißt du, da kann was passieren, da kann aber auch einfach mal überkrass was passieren, wir müssen es einfach raus für die Flexi, ich hoffe, ihr verarscht es nicht, oh mein Gott, okay, zu Fuß, zu Fuß, ach, übrigens, Leute, wir haben jetzt auf unserem Kanal, was, wir es allererste Mal, ein Game Master Happy Meal bestellt und geöffnet, wenn ihr die Folge gesehen wollt, klickt jetzt hier oben drauf, Wir sind jetzt hier bei McDonalds, wie es der McDonalds-Dealer gesagt hat, wir haben auch das ganze Geld da, wir bestellen jetzt 6 Soßen, Mann, du weißt, welche Soßen wir bestellen, ja, man, 6, 6, 6, 18 Soßen, und zu Fuß in den Drive, Tom, komm, heftig, heftig, man, hier, 18 Soßen, du weißt welche, alles klar, Curry, süß, sauer, bam, 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 Tom, ich würde sagen, du bleibst mal hier an der Ecke stehen, was möchten Sie? 6 Soßen, äh, süß, sauer, 6 Soßen, Curry, und 6 Soßen, was war's, Barbecue, 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 6 Süß, sauer, 6 Curry, und 6 Barbecue, insgesamt 18 Soßen, mit dieses Happy Meal, willkommen, Amanda, irgendwie, sowas hieß das, wundervoll, Amanda, der Mensch, Wunderbar, he, ich hab eine Frau jetzt da reingemacht, alles cool, super, danke, der 8. Stück, danke, mach's gut, tschau, Leute, wir haben jetzt die 18 Soßen, hier ist der McDonalds-Dealer wollte, und ihr habt's gemerkt, flex, wir wurden nicht erkannt von den Scheitern, krass, man, ich hab keine Ahnung, krass ist das, ey, das kann passieren, 3 Nachts, so war es, man, 2 Stunden, ey, wir gehen zum Parkplatz, und dann auf den nächsten Mülleimer, hier sind jetzt unsere 18 Soßen, ihr könnt ja mal reingucken, ganz genau, 18 Stück und 6 von jedem warmen Geschmack, und da müssen jetzt unsere 1500 Euro rein, Leute, hier rein, hier rein, ja, ich hab gesagt, in die Tüte mit den Soßen, und jetzt in den nächsten Mülleimer, und dann müssen wir rein rein, und dann geht's zum Mülleimer, alles klar, man, hier die Soßen rein, ihr seht's, in 3, 2, 1, und jetzt nach Hause, komm, auf, geh, schnell, 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 man, rennen, flexi, goldes navnisch, whip, watch, mach, eine große tante, schau mal rein, da sind die Happy Meals, da sind 2 Happy Meals, los, wir gehen rein, wir gehen rein, junger, weißt du, was ist das, ey, komm, wir gehen rein, komm, 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 komm. Was, beide Happy Meals, ganz frisch. Hier ist Exe drauf. Oh mein Gott, das sieht schon krass aus. Und das ist das Normale, würde ich mal sagen. 1.500 Euro. Ich dachte, wir haben die zum Fenster rausgehauen. Aber es hat funktioniert, man. Wir haben beide hier in der Hand. Geht mal dafür ein Like. Da ist richtig was drin, ey. Ich bin echt gespannt, du. Ich auch. Und deswegen würde ich sagen, lass uns mal einen fetten Like da. Denn wir öffnen dieses Happy Meal, das Exe, das aller allerbeste, ganz zum Schluss. Das gruseligste am Ende. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Es wird hundertprozentig geöffnet für euch. Hier schaut unser Mann dazu. Und hier ist das Normale. In Anführungszeichen Normale. Ich bin gespannt, Flexi ist am Anfang. Ja, ich bin echt gespannt, was drin ist, Mann. Okay. Hey, ein Puppet. Puppet, Alter. Flexi. Okay, für 1.500 Euro erwarte ich schon was. Aber ein Puppet ist schon mal nicht schlecht. Bisschen kaputtes Puppet, ne? Ist das auch, sag mal. Was? Egal. Ist das nur eine Sache? Ist das Puppet, ist egal. Ich würde sagen, du lass uns reingreifen. Okay, ich darf jetzt reingreifen. Hä? Ein Burger, Mann. Ich hab sogar Hunger. Komm, hau rein, Flexi. Wieso nicht, Mann? Richtig krass, der Burger. Lecker, lecker, lecker. Oh, ist so hart, Alter. Flexi. Guck mal, guck mal, guck mal. Ist so hart. Alter, hier ist ja richtig viel Bargeld, Mann. Hey, das... Alter. Das kenne ich irgendwoher. Oh mein Gott, Mann. Flexi. Das kenne ich irgendwoher. Das ist unser Geld, oder was? Ja, schau doch. Das ist genau die gleichen Scheine. Alles gleich. Freundschaftspreis, hat er gesagt. Freundschaftspreis. Freundschaftspreis. Und wir haben alles wieder zurückbekommen. Das heißt, wir haben die zwei Happy Meals umsonst bekommen. Aber der hat es hier reingelegt. Okay, krass. In den Burger. Hätte er woanders reinlegen können. Ja, versteckt, aber das ist ein gutes Versteck. Krass, das nehme ich auf jeden Fall wieder zu uns, Mann. Das kommt bei uns in die Was-Wir-Spenden-Kasse, Mann. Vielleicht wusste er das, dass es unser Erspartes ist. Heftig, Mann. Alles klar. Aber krass, alles umsonst, Mann. Darf ich auch ein bisschen nehmen? Ja, klar. Ich hoffe, es ist nicht noch mehr Geld drin. Ja, kann ich sagen, nee. Aber ich bin dran. Krass. Ja, was ist noch drin? Klassik, oder? Ein Fruchtplatz. Das nehmt ihr doch bestimmt auch alle, oder? Wenn ihr ein Happy Meal kauft. Schauen wir uns mal an. Ja, guck mal, das sieht sehr gut aus. Ist normal, oder? Hm. Nice, Mann. Ist noch mehr drin. Ist noch mehr drin, Mann. Helft du rein. Also das, jetzt bin ich richtig entspannt für umsonst. Ey, ohne willst du umme? Eine Banane? Okay. Aber das ist keine... Das ist eine harte Banane? Kann man die essen? Hä? Was ist das denn? Flexi, Mann. Es ist drei Uhr nachts. Nein, es ist hier der was... Das ist aber die normale Version. Das weißt du nicht, Mann, Flexi. Wobei, im letzten Video, Leute, falls ihr es nicht gesehen habt, klickt jetzt mal hier oben rechts drauf. Da ist in der normalen Version auch nichts passiert. Eben, krasses Video um drei Uhr nachts. Happy Meal. Ah! Wow. Ist das Parfüm, oder was? Ne, warte mal. Das riecht nach Banane. Das riecht nach Banane. Ah! Ah! Kämme, was ist denn? Kämme! 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 Oh, oh! Hilfe! Alter, was ist denn jetzt los, Mann? Probier du mal, Flexi! Ich? Krass! Sicher? Okay. Alter, was geht jetzt? Du hast recht, ich schmeckt nach Banane. Bei dir ist aber anscheinend alles normal, Freunde. Warum werde ich zum Affe und Flexi wird nicht... Mein Gott! Krass, Alter, Leute! Damit wird man zum Affe, Mann! Bananenschale, ein paar Sprüher und umso mehr Sprüher du machst, umso länger bist du der Affe vielleicht. Ich meine Leute... Mach's leer, dann sehen wir jetzt 10 Minuten Affe. Wollt ihr nicht sehen, Leute, aber das behalten wir vielleicht für ein anderes Video mal auf. Das ist doch richtig geil. Kevin, wir haben noch mehr hier drin! Da ist noch mehr! Da ist noch mehr, Mann! Hey, das sind Tennisbälle! Das sind echt Tennisbälle, schaut euch die mal an. Aber sind Tennisbälle nicht viel größer? Eigentlich schon hüpfen die. Einmal. Vielleicht essen, ja? Center Rocks! Die ist sauer! Kann ich ausspucken? Sorry, das ist ein bisschen eklig, Freunde. Center Shocks im Happy Meal, Mann, richtig sauer. Ja, Center Shocks wäre schön! Das ist noch viel saurer gewesen! Das ist wie wenn du in eine Zitrone beißen würdest! So ist der Geschmack! Das sind Center Balls! Vielen, vielen Dank, McDonalds, dass ihr wieder so tolle Sachen in dieses Happy Meal gepackt habt! Ich glaube... In das offizielle, originale Adventure von McDonalds Happy Meal, Mann! Jetzt haben die ganze Zeit Zitronengeschmack, Alter! Aber Leute, ihr seht, das war's, Mann! Hier ist nichts mehr drin! Okay? Das war das Gefühl-Flexi, Mann! Was? Ihr gebt jetzt nochmal richtig, richtig fette Likes nach oben, damit wir das .exe eröffnen! Ja, du weißt, was passiert da? Teufelstunde! Hä? Was ist das? Das Flexi ist die originale, neue Minecraft-Nerf-Collection von Hasbro in der Collectors-Influencer Edition! Oh Gott! Wer von euch kennt alles Minecraft? Seigt es mit einem Daumen nach hoch und gebt ein Like hier! Schaut mal hier rein, wie es hier drin abgebräumt, Mann! Uhuhuhuhu! Heftig, Leute! Wir haben hier den allerneuesten... Minecraft-Nerf-Laser! Ohne Witz, hier haben wir den Minecraft-Stormland! Das ist der Hammer, Mann! Das ist wirklich wortwörtlich der Hammer! Der Stormland! Und die Micro-Shots von Minecraft! Der Erder-Dragon! Der Ghost! Verschiedene! So krasse Micro-Shots, die sind einfach der Hammer! Micro-Shots bedeutet ein Dart pro Schuss! Einfach rein und ab geht's! Und hier ist genauso! Drei Darts hin dabei und die macht ihr einfach vorne den Hammer rein! Und zack geht's ab, Mann! Leute! Worauf wartet! Ihr gönnt euch auf jeden Fall die neue Nerf-Minecraft-Blaster Edition Collection! Musst ihr die mal überlegen! Hasbro, Nerf, Minecraft, alles zusammen! Und jetzt kommt das allerbeste! Ihr seht hier die ganzen Minecraft-Blaster! Und die könnt ihr jetzt gewinnen! Ihr müsst dafür einfach nur ein Like geben und Nerf in die Kommentare schreiben! Dann kann einer von euch diese ganze Influencer-Box gewinnen! Also schreibt jetzt mit Inhalt in die Kommentare! Weißt du, was noch krasser ist? Was? Das Happy Meal 3 Uhr nachts Exe-Video! Was wird's öffnen? Das öffnen wir jetzt sofort! Ihr habt jetzt so lange gewartet und dieses Video geschaut, damit wir dieses Amanda-der-Adventurer.exe Happy Meal öffnen und flexeln! Und deswegen würde ich sagen, verschwenden wir keine Zeit! Ihr habt auch so viele fleißige Daumen gegeben! Ihr habt's gesehen! Es sieht so krass aus! Mach's auf! Es ist 3 Uhr! Zwei! Eins! Öffnen! Alter! Es stinkt! Was für ein Riech mal! Leute, könnt ihr das riechen? Ja, leider können die es nicht riechen! Alter! Wenn ihr es riechen würdet! Es stinkt nachts! Junge, was kriegt da jetzt nichts? Soll ich mal was rausholen? Hol was raus! Schau mal das größte hier raus! Okay! Was geht jetzt ab, Alter? Ich weiß, dass im Happy Meal ein Saft drin ist! Ich hab noch nie so einen schwarz-blauen... Schwarz-dunkelblau, Mann! Boah, keine Ahnung! Sache sehen! Also ne, danke! Flexi, hol du mal was raus! Ich soll was rausholen! Aber vorsichtig! Das sind doch die Äpfel von früher! Alter, was geht jetzt ab, Alter? Aber die sind doch schon verschimmelt und so! Das ist wieder viel zu krank! Was macht McDonalds hier? Warum gibt's nicht alle? Alter, ich will nicht weitermachen, Flexi! Alter, nächste, nächste! Ich will wissen, was da drin ist! Wenn es so weitergeht, da könnte ich ja echt ausrasten! Ääääh! Was ist das denn? Alter! Was ist das? Was soll das sein? Ich glaub, das sind Chicken Nuggets eingelegte Chicken Nuggets, Mann, in Flüssigkeit! Das hab ich noch nie gesehen! Habt ihr schon mal sowas gesehen? Das Nuggets eingelegt! Das sieht aus wie in nem Reagenzglas! Die Gehirn, Mann! Die werden gezüchtet! Die Nuggets werden gezüchtet! Hier ist der Beweis! Das ist der Beweis! Du, ich schau weg, okay? Wieso denn? Du musst doch auch helfen! Ja gut, ich hol noch was raus! Und ich hol was raus! Ich hol was raus! Ich hol was raus! Ich hol was raus! Ich hab Pommes! Ah! Was soll man weg? Ääääh! Wäääh! Ich hab ja nichts gegessen, Mann! Lacki, du darfst auch nichts essen davon! Nein, Mann! Schau doch mal wie die aussehen! Das sind keine echten Pommes! Niemals sind das echte Pommes! Was ist noch? Hier stinkts! Das ist der Burger, Mann! Das ist der Burger! Ich hatte nur meinen Burger! Sollen wir den Burger öffnen, Freunde? Lass Like da! Aber wir öffnen ihn jetzt hundertprozentig! In drei, zwei, eins! Ich hab's fast befürchtet, Mann! Wie die Pommes! Das ist ein blauer Burger! Gibt's nen blauen Burger? Mach mal auf was da drin! Das kann doch nicht normal sein! Und das stinkt gewaltig! Na hör auf! Wenn du kotzt, muss ich auch kotzen! Das wollen wir hier nicht... Warte! Alter! Das sind andere Farben als blau! Flexi, was ist das? Was ist denn das? Mein Gott! Hä? Das ist ein Glücksrad, Alter! Das sieht aus wie unseres! Unser Glücksrad, Mann! Ja! Warum ist hier ein Glücksrad, Mann? Lass dich mal, Leute! Flexi, guck dir das mal an, Alter! Hier steht einfach ein Glücksrad! Das war hier auf dem Burger drauf! Und warum steht das ganze Essen hier? Alles präsentiert! Und da stehen Sachen drauf! Flexi, hier steht... Nuggets essen! Saft trinken! Apfel essen! Amanda? Fragezeichen, okay! Pommes essen! Burger essen! Weißt du was? Weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Video! Wie soll der nicht? Keine soll nicht essen! Guck dir das an! Das dürfen wir nicht essen! Doch, doch, doch! Wir haben gesagt, ganz am Anfang des Videos, wir werden zwei Happy Meals bestellen! Haben wir gemacht! Da sind sie! Und jetzt werden wir das ganze auch durchziehen! Aber keiner hat gesagt, dass wir das essen! Wir dachten, wir holen die Sachen raus! Das wusste ich auch nicht! Aber du siehst das Glücksrad, da steht extra drauf! Wir müssen jetzt essen! Oder kannst du nicht lesen? Ich kann lesen! Hier steht's! Ja! Und wer weiß, was passiert! Was ist, wenn du wirst nicht essen? Und es passiert was ganz Schlimmes! Hast du das beim Dealer nicht gehört? Macht alles, was ich sage! Sonst passiert was Schlimmes! Und hier! Das gehört alles dazu, zu dem Happy Meal! Das haben wir so bestellt! Ich baue jetzt eure Hilfe, man! Ihr müsst jetzt unbedingt einen fetten Daumen da lassen auf dieses Video! Wir brauchen mindestens 6.983 Likes, man! So viele! Hört sich an wie eine Zukunftsmusik! Aber bedeutet, wie wir gesagt haben, wir müssen es drehen und essen! So sieht's alle aus als ein Glücksrad! Okay Flexi, dann will ich sagen, fängst du an, okay? Ich? Ja! In 3, 2, 1! Saft trinken! Ich muss jetzt diesen Saft trinken! Okay! Ich werd's... Ich weiß nicht mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der sieht so ekelhaft aus! Der sieht so ekelhaft aus! Bist du sicher, dass du das machen willst, Flexi? Was? Natürlich bin ich mir nicht sicher! Du musst es aber machen! Jetzt auf einmal! Weißt du was? Wir machen das ab! Ja, ja! Ich trink jetzt ab schon, Mann! Auf geht's! Aber schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, dass ich das machen soll! Schreibt in den Nerf in die Kommentare! Dann könnt ihr auch was gewinnen! Schaut mal das an! Guck mal wie eklig das aussieht! Schau mal wie das aussieht, Mann! Und ich soll das trinken! Du bist irre, du bist irre, Mann! Komm, ganz nah ran! Komm, ganz nah ran! Ich trink's! Ich trink's! Ich trink's! Du brauchst was ausspucken! Alter, da ist mir schon mal zu schlecht! Also, ich geb's zu! Ich muss zugeben, ich hab's nicht getrunken! Flexi, reiß dich zusammen! Du musst es trinken! Ich weiß, du hast es jetzt nur im Mund gehabt, aber du musst es trinken! Das ist die Challenge! Weiß ich! Das Glücksrad hat entschieden! Ja, ich mach's jetzt egal! Komm! Hau weg! Du musst mehr trinken! Mission Concreted! Alter! Was war das für ne Stimme, Freund? Habt ihr das auch gehört, Mann? Das kam genau nachdem ich's getrunken habe! Du hast die Challenge bestanden, Mann? Ja, ich hab ja auch wirklich getrunken jetzt! Beim ersten Mal hab ich gesagt! War das am Mann, der Adventure Deck geredet hat, weil ich sie beobachtet! Und schaut, dass wir auch wirklich alles machen! Das heißt, es kann auch sein, dass wir nur eine Pommes essen, sagt sie stopp! Oder alles essen wir alle! Und du bist dran jetzt! Nicht ich! Du bist dran! Drei, zwei, eins! Nein! Ich muss die Äpfel essen! Die Äpfel sind deine! Nein, Mann, nein! Wo sind die Äpfel? Alter, guck dir die an! Und du darfst nicht verarschen! Du musst ein Essen mindestens! Hat da irgendjemand Schultinte drauf gemacht, Flexi? Das ist blau! Jetzt spiel nicht so mit dem Essen! Ess jetzt einen hier! Okay, und du weißt, du darfst nicht verarschen! Wir werden beobachtet hier irgendwie! Wie schmecken sie? Wie schmecken sie? Mission completed! Die Nuggets, Mann! Die Nuggets! Das ist nichts gelaufen, Flexi! Lieber wäre mir nichts gewesen! Aber schaut, das sind ja keine echten Nuggets mehr! Eingelegte Nuggets! Was soll das sein? Mann, und ich muss mindestens ein Essen! Das weißt du ganz genau! Ja, dankeschön! Wir sind Essens eingelegt, Alter! Was ist das für ein krankes Video wieder, Freunde! Lass mal einen fetten Like da und abonniert unseren Kanal, Mann! Für noch mehr klasse Videos! Aber wenn ich das esse! Sag ich dir jetzt ganz ehrlich! Will ich Messer und Gabel! Nee, Mann! Du musst es so runterziehen, Mann! Direkt, die gibt's jetzt ein Messer und Gabel, Flexi! Auf geht's, Tom! Film das mal hier von der Seite! Gönn ihm, gönn ihm, gönn ihm! Nein, ich weiß nicht, gönn ihm, ey! Okay, okay! Oh mein Gott, ist das krank! Kommt immer was raus! Der saugt an den Nuggets! Alter, es ist ekelhaft! Du hast doch nicht mal was gegessen, Flexi! Du hast nur die Soße getrunken! Alter, bist du ein ekelhafter Mann! Flexi, hol dich jetzt mal raus mit deinen Fingern! Wir wollen uns alle sehen! Okay! Das ging nicht raus, Mann! Vielleicht reicht auch nur so ein Stück, Alter! Alter, Amanda hat noch nicht geredet, Mann! Du musst weiter essen! Du musst doch weiter essen! Bis wir Amanda hören! Was ist Amanda, der Adventurer für ein kranker... Du zuschaut, dann soll sie jetzt mal beenden hier! Am Ende, der kommt noch runter, er ist es selber! Warte! Mission complete! Gott sei Dank! Jünger, 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 Jünger! Jünger, 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 Jünger! Das wäre ja wirkliche Nuggets da drin! Weiter geht's, Mann! Hoffentlich wird's mir das Gescheites vorhin gemacht! Bitte, 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 bitte! Ah! Ah! Was? Pommes! Ja oder nein? Ja oder nein? Ja? Okay! Es heißt Pommes! Die sehen auch richtig ekelhaft aus, Mann! Aber das ist gut der Geld! Weg mit dem! Pommes! Die sind kalt und hart, Mann! Und blau! Weiter! Mann, vielleicht musst du sie schneller essen! Ich hör noch nicht! Vielleicht musst du sie alle essen diesmal! Ich weiß es nicht! Alles okay? Hey, Mann! Da ist doch, da ist doch alles! Alles okay, Mann! Krass, ey! Heftig! Jetzt geht's ja ab! Weiß ich nicht! Aber du hast es geschafft, Mann! Du hast es geschafft! Jawoll! So, Pommes ist erledigt! Kellen hat's alle gegessen! So ekelhaft, Mann! Aber was macht Amanda? Warum redet Amanda nicht viel früher zu uns? Keine Ahnung! Wir haben zwei Sachen! Amanda und Burger, Mann! Wir haben Burger und Amanda, Mann! Hoffentlich kriegst du Amanda rein! Ganz genau! Nein! Ich will jetzt den Burger! Obwohl es richtig ekelhaft ist! Ich weiß nämlich nicht, was das bedeutet! Den willst du haben, Alter! Ist mir egal! Das kann viel krasser sein, gell! Du hast keine Ahnung! Deshalb fang ich jetzt an! Burger! Burger! Bitte! Es ist der Burger! So wie ich es wollte, Mann! So wie ich es wollte! Wie Spaß, Alexi, Mann, Alter! Richtig krass! Ja, du wirst schon sehen, Mann! Bei Amanda, frag jetzt mal! Bitte, komm in einzelnen Scheiben! Oder beiß rein! Ich beiß rein, Mann! Also, ihr seht hier den Burger! Ich weiß, wird es eklig! Aber ich hab Angst vor dem ganz letzten Feld hier! Okay? Das ist das ekelhafteste Video, was wir jemals produziert haben hier bei KMORFlexi! Essen, Essen, Essen! Du musst Amanda essen! Essen, beißen, 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 beißen! Noch ein bisschen! Nimm den Biss! Nimm den Biss! Oh mein Gott! Egal, ich esse es, okay? Bist du ekelhaft! Bist du ekelhaft! Komm, noch einen! Amanda! Mach's weiter! Mach's weiter, mach's weiter! Weiter, weiter, weiter! Komm, noch einen! Stopf ihn! Stopf ihn! Oh mein Mann, hast du Glück, Alter! Hast du Glück, Alter! Ich glaub, den letzten musst du nicht mehr runterschlucken, Mann! Das macht Amanda! Challenge completed, Mann! Mission vorbei! Boah, Dicker! Ich wünsch euch nie so einen Burger zu essen, der ist richtig ekelhaft! Aber gebt jetzt nochmal einen richtigen krassen Like! Mach mal diesen krassen Like! Und es bleibt nur noch ein einziges üblich und zwar ist es Amanda Punkt Fragezeichen! Wie willst du jetzt eigentlich bei so einem Glücksrad, wenn nur noch ein Feld da ist, muss man dann überhaupt noch drehen oder was? Auf der Hand in drei, zwei, eins, raus!